Ich hoffe natürlich auf einen großen Zuspruch dieses Spiels, da es natürlich auch eine Wichtigkeit für uns hat. Ich hoffe, dass die Leute das auch so sehen. Ich glaube, dass wir in Magdeburg ein relativ sensibles und feinfühliges Publikum haben, was schon mitbekommt, wann die Mannschaft Unterstützung gebraucht. Jetzt bräuchten wir sie. Jetzt würde ich gerne wieder so eine Art grün-rote Wand stellen können, um dann vielleicht etwas Druck oder den Druck auf Göppingen zu erhöhen. Das würde mich freuen. Das würde ich gerne wieder so eine Art grün-rote Wand stellen können. Vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Mittwoch ist ein besonderer Tag. Wir als Mannschaft haben das Motto oder die Idee gehabt, Mittwoch grün-rote Wand gemeinsam. Grün-rote Wand heißt, ich bitte euch alle am Mittwoch, sieh alle bitte was Rotes oder was Grünes an. Ich bitte euch alle an.